So, herzlich willkommen und zu einer neuen Folge Let's Play. Jo, und ich bin jetzt hier. Ich habe gerade festgestellt, ich habe meinen letzten, also den Part, wo ich jetzt eben hochladen möchte, ohne Ton aufgenommen. Und das Problem ist einfach, das Problem ist einfach, dass ich jetzt keinen Ton habe. Genau. Und deshalb werde ich ja schon nicht einen Beat unterlegen. Das gilt jetzt für den Part und für den nächsten. Weil ich finde es jetzt ein bisschen schwachsinnig, jetzt alles nochmal von vorne zu palavern. Und jetzt so tun wir, wenn nichts wäre, ist jetzt auch blöd, ne? Und ja, deswegen, ja, aber ich wollte halt, eine Sache wollte ich noch ansprechen, ganz gezielt. Das ist nämlich das, das ich nämlich gelesen habe, oder von einem gehört habe, besser gesagt, dass der nämlich wegen Beleidigungen eine strafrechtliche Anzeige bekommen hat. Und deshalb wollte ich euch jetzt fragen, was ihr davon haltet, von dieser Anzeige und ob das überhaupt möglich ist, oder ob da irgendwas falsch gelaufen ist, was eigentlich nicht halt laufen soll, oder irgendwas anderes noch hätte passieren müssen. Also, ich glaube dem Ganzen nicht so wirklich, aber der Person, die ich es habe, behauptet, ist steif und fest, dass die jemanden kennt, bei der das so ist, aber gut. Und das war auf dem Server, wie im Server war das? Ich glaube, Leretian. Auf jeden Fall, da hat es irgendwie Ärger gegeben. Und ja, da, der hat irgendwie Screenshots gemacht und das dann auch noch sich bestätigen lassen, weil das wird ja alles gespeichert, die ganzen Daten. Und ja, jetzt wollte ich euch fragen, was ihr davon haltet. Und jo, dann sage ich an der Stelle, kann ich nicht mehr weiterreden, sagt Tschö. Und schaut mein Video weiterhin an. Und jo, haut rein. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.